Es sollte gehen. Es ist nicht gerade. Struggle! Ist es gerade? Ja. Wir befinden uns gerade auf der Kärntner Straße und sind jetzt auf dem Weg zu einem Katzencafé, das wir schon seit Ewigkeiten besuchen wollten. Katzen-Hausum sind. Und wir gehen jetzt dahin mit der Wien-AT-App im Gepäck einfach, um die mal auf Herz und Nieren zu testen. Oder? Ja. Ich glaube nicht. Okay, einfach um die App mal zu testen. Was ich ganz cool an der App finde, ist, dass sie einem anzeigt, wo der nächste WLAN-Hotspot ist, was echt praktisch für mich ist. Der Gratis-WLAN-Spot. Gratis-WLAN-Spot, ja. Ist echt praktisch für mich, weil mein Internet ist immer so nach einer Woche aufgebraucht. Tagsstunde. Unterrichtsstunde. Unterrichtsstunde. Aufgebraucht, ja. Und wir nehmen euch einfach mal mit. Ah ja, das ist der Elias, mein bester Freund. Hallo. Uhu. Wieso? Ach so, ist der Knopf. Wieso? 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 Oh nein, ausgestopfte Tiere. Skandalös. Sie, Sie sehen, Michelle. Wow, so das Bein hat abgehauen. Okay, wer verübelst Sie jetzt beim Essen? Du bist einfach weg gewesen. Ich kriege so ein Cher. Ja. Beiß rein. Do it for the wine. Das Loch mehr. Hm. Die größte Krapfen, die wir hier gesehen haben. Okay. Vamos? Vamos. Ja. nenhuma no drang viel � Oh, 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 oh